und profitiert von exklusiven Online-Angebungen. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Exklusen und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Frageboten, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind glücklich, dass wir Sie an Bord haben und dass wir Sie an Bord haben, zu Ihren Lieblings-Destinationen heute. Vor dem Starten, wir wollen Sie wissen, was Sie wissen, über die Reise. Die Wearing von Seatbelts ist compulsory an Bord der Bord. Therefore, bitte um Ihren Seatbelts festen über den gesamten Bord. In der Seatpokette in fronte von Ihnen, Sie finden unsere Information Card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rare boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard... ... 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 Simply visit flixboss.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now we enjoy traveling with Flixboss. Flixboss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Keine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr bereits am Anfang die gesamte Fahrt immer nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich probieren wollt, holt euch einfach unsere R-Bordkarte und modifiziert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hallo und willkommen zu Flixbus. Wir sind glücklich, dass wir Sie auf dem Weg bringen, und wir können Sie zu Ihren Lieblings-Angeboten anbieten. Before wir starten, wir würden gerne noch ein paar Informationen über die Fahrt. Die Wehreinung von Seatbelts ist compulsory anbord der Bus. Therefore, bitte keep Ihr Seatbelts festen über die gesamte Fahrt. In der E-Seat-Puppet in front of you, you will find our Information Card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the Internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone, so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit Flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by e-mail to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We're always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Flixbus.com Flixbus.com Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020